Geld beschaffen? Egal, wie sehr die Schufa meckert. Wenn Ihre aktuelle Schufa-Auskunft das Zeug hat, nur noch als abschreckendes Beispiel zu dienen, dann erfahren Sie aus meinem Buch, wie Sie dennoch Geld beschaffen können. Banken brauchen Sie nämlich gar nicht. Und Sie müssen auch keinen überfallen. Es gibt ganz legal und sauber wunderbare Alternativen. Sie wollen sicher dennoch bei Ihrer Bank Geld beschaffen? Dann müssen Sie sich von Ihrer allerbesten Schokoladenseite zeigen. Was aber, wenn Sie überhaupt keine Schokoladenseite haben? Ich zeige Ihnen raffinierte, aber ganz legale Tricks, wie Ihr Kreditantrag dennoch fast ohne Kontrolle durchgewunken wird. Auch als Existenzgründer stehen Sie vor dem Problem, Geld beschaffen zu müssen. Aber gerade bei Ihnen gucken die Banken ganz besonders genau hin. Besonders, wenn Sie ein armes Schwein sind, das aus der Arbeitslosigkeit heraus eine Selbstständigkeit aufbauen will, lassen Sie Banken glatt verhungern. Wie Sie es auf anderen Wegen schaffen, das notwendige Geld beschaffen zu können, zeigt Ihnen dieses Buch. Geld beschaffen ist gar nicht so schwer. Und Sie brauchen dafür keine Banken und auch keinen Banküberfall. Fast jeder Geschäftsmann hat Ärger mit der Schufa. Diese Auskunfttei hat schon so manchen strebsamen Menschen Knüppel zwischen die Beine geworfen. Was also tun, wenn es auch in Ihrem Falle in dieser Hinsicht Schwierigkeiten gibt? Wo sollen Sie das Geld beschaffen? Für Maschinen, Software oder Löhne? Es gibt jede Menge Möglichkeiten, abseits der Banken. Auch wenn es um Ihre Bonität nicht gerade besonders gut steht, zeige ich Ihnen, wie Sie dennoch Geld beschaffen können. Und zwar aus Quellen, an die Sie im Moment noch gar nicht denken. Lesen Sie diesen Ratgeber und Sie werden sehen. Auch eine tödliche Schufa als Kumpf wird Sie nicht daran hindern, Geld beschaffen zu können. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de Auf dem YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos den direkten Link dorthin. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher. Machen Sie es gut. Vielen Dank.